Hallo, mein Name ist Elke Daun. Ich bin Heilpraktikerin aus Bonn und ich habe in Petra Puths erstem Buch über mutmachende Lebensgeschichten das Kapitel Austherapiert gibt es nicht geschrieben. An dieser Stelle möchte ich heute das eine oder andere dazu erzählen, denn ich bin sehr, sehr dankbar. Und zwar einmal dafür, dass du, Petra, mich ermutigt hast, in diesem Artikel, in diesem Buch überhaupt ein Kapitel zu schreiben. Denn meine Befürchtung war, ach du liebe Zeit, das liest sowieso keiner. Und oh mein Gott, wen interessiert denn meine Story? Wie viel Mut kann ich schon in die Welt bringen mit meiner Geschichte? Und es ist krass, wie viele Leute mittlerweile das Buch gelesen haben, wie viele Leute meine Geschichte gelesen haben, von wie vielen Menschen ich darauf angesprochen werde und wie viel Sichtbarkeit und Reichweite mir das gebracht hat. Und ich hätte das nie gedacht. Und ich möchte an der Stelle dir Mut machen, wenn du Lust hast oder darüber nachdenkst, auch in diesem Buch mitzuschreiben oder schon gesagt hast, hey, könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber ich habe Schiss. Ich hatte das auch. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich mitzumachen. Und auch nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank, Petra, für deine unermüdliche Arbeit, für deinen mich hinter meiner, aus meiner Komfortzone heraus zerren. Und hätte ich vorher gewusst, dass es so viel Spaß macht und dass es so viel Return of Invest, Benefit, Freude macht und vor allen Dingen, was es mir an Reichweite und Sichtbarkeit bringt, hätte ich, glaube ich, keinen Moment gezögert. Und deswegen kann ich nur empfehlen, mach bitte auch du. Auch du hast eine Geschichte, die Mut macht. Auch du hast irgendetwas oder ein, ja, auch du hast etwas, mit dem du anderen Menschen Mut machen kannst. Also zögere nicht. Das ist einfach, es lohnt sich mega. Und genau darum geht es, anderen Menschen Mut zu machen. Danke.